Gucken alle und grinsen. Ich arbeite bei Fraunhofer, ich bin der Abteilungsleiter und verantworte ungefähr 20 Mitarbeiter dort. Ich habe Maschinenbau studiert, ich habe im Maschinenbau promoviert. Online wollte ich es nicht machen, weil ich einfach diesen Freiraum haben wollte. Wenn ich in irgendwas abtauche, und das tut man ja hier, dann brauche ich einfach den Freiraum, um tief reinzugehen. Und wenn man sich dann vorstellt, man geht 8, 9, 10 Stunden, vielleicht auch 12 Stunden am Tag arbeiten, muss ich dann abends nochmal auf meinen Rechner setzen, hat auch dann nicht wirklich den Druck, auch nicht die Umgebung, dann ist das, glaube ich, schwierig. Die Freistellung war eigentlich nie ein Thema, das war überhaupt gar kein Thema, über das wir reden mussten. Das war von Anfang an klar, wurde ich von Anfang an unterstützt. Die Arbeit mache immer noch ich, also die Arbeit muss ich selber organisieren. Das heißt dann entweder abends nochmal, das heißt am Wochenende, am Wochenende davor, am Wochenende danach. Und auch hin und wieder mal in den Pausen entsprechende E-Mails checken, aber die Arbeit bleibt halt eben nicht liegen. Die muss immer noch ich machen und dafür bin ich aber auch verantwortlich. Das Verständnis war von Anfang an klar, dass die Arbeit weiter läuft, dass ich mich natürlich dort nicht rausnehmen kann. Von daher war das auch überhaupt kein Problem. Hier gibt es schon einen festen Stundenplan, der sehr stark durchgetaktet ist, aber es wird immer was beigebracht und dann versucht man das nochmal in Gruppenarbeiten beispielsweise zu verwirklichen. Das können entweder kleine Übungen sein, das können aber auch Cases sein, die man gemeinsam bearbeitet. Das hängt immer so ein bisschen von der Themenwoche und auch vom Professor ab, aber prinzipiell ist es immer eine Mischung aus Vorlesung, Übung, Casebearbeitung und dann am Ende der Woche die Klausur. Also die Gruppe ist eigentlich immer zufällig gewählt, das variiert. Natürlich kennt man die komplette Gruppe, die Modulgruppe aus dem EMBA, aber dann gibt es meistens immer so eine Vierer- oder Fünfergruppe, manchmal ein bisschen mehr, die dann zusammen bunt gewürfelt ist. Was ganz schön ist, weil man kommt immer in Kontakt mit neuen Leuten, mit denen man vielleicht vorher noch nicht gearbeitet hat. Dadurch, dass die komplette Gruppe auch dann manchmal ein bisschen anders zusammengesetzt ist und nicht alle aus fachgleichen Bereichen kommen, gibt es dann eben auch die Möglichkeit, ganz neue Ideen-Inputs mal zu bekommen. Hauptgrund, warum ich eigentlich hier bin, ist die Inhalte zu lernen, nochmal eine komplett neue Sicht zu bekommen, neben der technischen Sicht auf Fragestellungen auch nochmal so einen extra Gedanken-Input. Wenn es dann Aufgabenstellungen bei mir im Unternehmen gibt, bringe ich das auch in Korrelation mit dem EMBA. Mir fallen mehr Dinge auf, mir fallen auch neue Lösungsstrukturen ein. Also wenn man hier mitmacht, muss man auf jeden Fall Engagement mitbringen.